Okay, wahrscheinlich in die nächste Baron Hölle. Tatsächlich mal mit Secrets. Sehr schön. Okay, mal schauen. Hier kommt man nicht rein. Und hier? Kommt mal rein. Wunderbar. Schön viel Munition und ein bisschen Leben. Ah, Mist. Oh, come on. Bzwäsch Ding. Habe ich das mit den Fässern früher gewusst, dann wäre das natürlich ein Spektakel gewesen. Wunderbar Okay Oh, ein Helporter Fässer Sehr schön Oh man Okay Mein gut, ich kann die fliegenden Gegner schon mal hier Erwischen Jetzt ist da halt nur blöderweise der Baron Ja, da ist der Was mach ich denn jetzt? Das ist eine gute Frage Warum musste der auch gerade da sein? Das einzige, was ich echt versuchen könnte Ist hoffen, dass ich ihn hier irgendwie hinlocken kann Ja Ah, shit Ich muss jetzt echt hoffen, dass ich den irgendwie hier hinlocken kann Und einfach weg Ah, super Aber dann müsste der weiter weg sein Ja 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 Der Mann, der das erstellt hat Mochte Barons zu sehr Ach so, der kommt auch hier rein Ja, das hätte man mir früher sagen können Okay, gut Der hätte es auch früher machen können Einfach Dann ist ja kein Problem Dann ist ja easy Aber können wir hier noch was machen Ist die Frage Ich sehe nämlich nichts Zu machen Leider Ich hätte gerne was zu machen Jetzt kann ich erstmal suchen Was ich machen darf Ah, hier ist was Okay Leben Leben brauche ich Hier geben sie Einmal Munition Also Nicht schlecht Sehr schön Wunderbar Nun können wir hier rein Ein Baron Warum überrascht mich das nicht Ich weiß es nicht Könnte Gründe haben Aber ich glaube Das ist einfach nur Zufall Dass es mich nicht überrascht Baron, Baron, Baron Warum hast du so viel Leben Es weiß niemand Okay, doch eigentlich schon Weil man es dir gegeben hat Weil man es dir gegeben hat Das Leben Aber da konnte man ja nicht ahnen Dass irgendjemand vorhat Einfach ganz viele In ein Level zu packen Aber was denn nicht ganz vieles Reingepackt hat War zum Beispiel Raketenwerfer Munition Es ist zwar ein bisschen welche vorhanden Aber halt nicht so viel Scheiße ist hier schon wieder viel los Oh nein Jetzt habe ich nicht gespeichert Egal, ich kann ja eigentlich auch gehen Okay, er kommt sogar Egal, ich gehe trotzdem Oder Ah nee, da sind ja noch ein paar Schrotflinntype Dann muss ich den hier kurz weg machen Wieder Es sind hier viel zu viele Barons Das ist richtig, richtig schlimm Ich meine, nun wieder mal Gegen den Baron zu kämpfen Nur mit der normalen Schrotflinte Ist ja ganz nett Aber Über 10 Mal pro Level Muss nicht sein Überhaupt nicht Es gibt keinen Grund dazu Es gibt absolut keinen Grund dazu Das ist einfach viel zu viel Viel, 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 zu viel Habt halt einfach nur absolut keinen Bock mehr Auf diesen Gegner Ach, scheiße Jetzt schießt er auch noch auf die Fässer Viel, zu viel Viel, zu viel Okay Ich brauche erst mal den hier Dann müssen die hier so schnell weg wie möglich Scheiße Ich sollte nach jedem Baron speichern Einfach nur Damit ich nicht mehr noch mal Kämpfen muss So, mal schauen Ja gut Ist wahrscheinlich eh was von einem verlangt wird Dafür liegt der Raketenwerfer da hinten Solange ich es schaffe, die anzulocken Ohne dass die Lost Souls rauskommen Ist gut Ohne dass er so schnell da auftaucht Hätte ich jetzt auch nicht gedacht Egal Oh man Gemein Ich hatte es am Auge gejuckt Ich hatte die Hand Ich hatte die Hand Ich hatte W.A.S.D Irgendwas ist aufgegangen Wahrscheinlich weil ich da hingeschossen habe Okay Zwei von der Sorte Nee, nicht hängenbleiben Oh, sehr gut Und tschüss Könnte da oben von mir aus verhungern oder so Ich habe jetzt keine Lust mehr auf Barons So einfach ist das Ganze Boah, aber auf Spektus habe ich auch keinen Bock mehr Nee Ah, sehr schön Man wird hier echt gut durch die Level gehetzt Muss man dem schon lassen Muss man ihm auf jeden Fall lassen Das hat er gut hinbekommen Dass man sich hier nicht sicher fühlt Die haben es schon in sich, die Levels auf jeden Fall Oh Mann, oh Was haben wir denn hier? Wunderbar Warte mal An dem Raum hier ist was komisch Finde ich Da ist kein Barron Was passiert jetzt? Ich war in einem Barron-losen Raum Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich nicht geht Aber ich werde hierhin zurückgeschickt Um die Barons dann doch noch zu töten Ich kann trotzdem abhauen Oh, und ich kann die blaue Karte holen Sehr gut Tote Imps Okay, dann können wir jetzt nochmal hier hingehen Dann mal schauen Stürb Geht doch Und jetzt mache ich dich noch schnell weg Einfach nur, weil ich es nicht einsehe Dass du am Leben bleiben darfst Oh, du bist ein Barron Sehr schön Sehr, sehr schön Oh Nun könnte ich eigentlich theoretisch Äh, ganz kurz mal Wo waren das Kommt man eigentlich wieder zurück Okay Okay, hier geht's lang Aber hier zurück geht's nicht mehr, ne? Ja, schade Oh, warte mal Aber hier waren wir auch Ganz genau hier wollte ich hin Denn hier war das Und das Und dann wollte ich eigentlich auch noch einmal nach da oben nochmal Oh je, was Was genau hat sich da geöffnet? Ich weiß nicht So, das wollte ich mir auch mitnehmen Dann kann ich jetzt mal durch die, äh Komischen Gitter, die die Hier, der blaue Schalter da Äh, geöffnet hat So Aber warte mal Warum hat es das aufgemacht? Ach, muss jetzt hier durch Ah Ich lasse euch jetzt keine Chance zum Feuern Karkos, die haben mich jetzt genügend geärgert In den letzten Level Und auch In den Eigentlich in allen Levels hier Von dieser Watt Haben die mich genügend geärgert Außer vielleicht dem ersten Aber an das kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern Das fühlt sich einfach so lange her an Die hat mir gut zugesetzt Muss ich euch einfach lassen Zwei Secrets, die ich wahrscheinlich nicht finden werde Weiß nicht, ob man vielleicht da hinten hingehen kann oder sollte Nö Dann kann ich hier auch ganz kurz gucken Und dann einfach sterben Aber dann habe ich es zumindest angeguckt Und geguckt, ob da irgendwas ist Okay, wir haben jetzt hier eigentlich relativ viel Munition Sehr schön Okay Ja gut, dann werde ich mal ganz kurz Das hier so machen Und dann hier Sehr schön Oh ne Wer hielt das jetzt schon wieder für nötig? Oh Ja gut Ouch Super Ach komm Wenn hier schon so viele Raketen liegen Nehme ich das Angebot mal an Mal an ein paar rein Sehr schön Nun, was hat jetzt Was hat der Schalter jetzt gemacht? Ach, da hinten ist jetzt was offen Oh Mann Da teleportiert sich irgendwas rein Oh Gott Ist jetzt kein freundlich klingendes Geräusch zugegeben Das klingt ein bisschen baronig Ja, ja, doch Oh, oder nur die Okay Dann Dann kein Problem Von wo ihr jetzt auch wieder meint Auftauchen zu müssen Auftauchen zu müssen Keine Ahnung Aber das war der letzte Gegner Jetzt ist dieses Level schön friedlich Äh, mal ganz kurz gucken Wie kam er denn nochmal zum Exit? Hier lang ging es Ein bisschen Leben Ein bisschen Raketen Wunderbar Oh Mann, oh Mann Puh Die Levels sind heftig Barrenfights haben es in sich Aber das ging jetzt definitiv schon mal ein bisschen besser Als das letzte Level Zumindest so insgesamt Gut, würde ich sagen Sieht man sich beim nächsten Level wieder Bis dann Ciao Okay, Zeit für Secrets Hier erinnert man sich ja bestimmt Hier kann man Sich einen BFG holen Man hätte die geholfen Man, man, man hätte die geholfen So Hier kann man noch klicken Dann kann man sich hier noch etwas holen Und dann hätte man alle Secrets Hier kann man sich hier hin Und dann muss ich hier Schule Schaunderei